So, da haben wir... Dann machen wir ein bisschen... ...Red Alloy und was. Haben wir doch schon. Hier in der Truhe sind 31. Oh, ok. Eine Electronic Circuit brauchst du, oder? Warte, ich schaue mal nach, aber... ...eins wird dafür benötigt. Das... Ähm, insgesamt brauch ich zwei. Ok. Ja, ok, dann brauche ich echt zu viel. Dann Kupferkabel. Wo haben wir Kupferkabel? Soll ich das erst machen? Äh, Kupferkabel musst du machen. Ok, wie mache ich Kupferkabel? So, wie du die Kupferkabel gemacht hast. Juhu. Kupferkabel. Kupferkabel, komm ich gerade hoch. Sender in der Truhe. Ist eigentlich das Zahnrad jetzt schon fertig? Ach, und es war gerade eben kein Anzeige. Backe, ich hatte... Ähm... ...hatte ein bisschen... ...nicht richtig nachgedacht. Es war halt noch nicht fertig. Das eine Zahnrad. Ah ja, eine Elite-Rot brauche ich noch. Oder er sagt wir. Ja, ich weiß, ich weiß, wer es ist. So... Ok, wie viel brauche ich davon? 1, 2, 3, 4... Äh... 12 durch 2... ...so ist weg. Ey, wie ich dieses eine Rezept nicht gespeichert kriege für diesen Integrated Circuit. Hast du jetzt gleich schon einen fertig oder...? Ja, gleich. Kann ich mal ganz kurz den nochmal nehmen? Ja, klar. Ähm... Rutter brauche ich jetzt noch. Das waren jetzt wie viele... Ey, ich bin schon zum x-ten Mal auf einem Rezept. Kenne ich. Wenn du meine Aufnahme sehen könntest, ey, du wirst dir denken um WTF. Ja, bei mir kannst du es ja auch bald sehen. Hast du noch Zinn-Kabel über? Zinn? Zinn-Kabel. Ich habe noch zwei un... ...isolierte Zinn-Kabel über. Reicht, danke. Das reicht. Eins hat mir jetzt sogar schon gereicht. Gut. Kann ich nicht glauben, dass ich fertig habe. Ich habe zwei Elektromixer-Cats. Wo bist du? Ich bin gerade unten. Jetzt oben. Da. Hier. Deine zwei. Danke. Kannst du mir nochmal noch davon craften? Klar, okay. Das war ein Witz. Oh Mann, ich habe mich schon gefreut. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Weiß ich doch. So, ich will jetzt hoffen, dass ich mich nicht wirklich vertan habe. Ansonsten müsstest du wirklich noch einen machen. Wenn. Das ist jetzt der. Hoffen wir nicht. Der. Der. Intergrade. So. 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 Ich möchte leider gerade irgendwo aufstellen, weil wir ich auch ein bisschen Etwas gehört habe. amente etwas Strom. Dann wolltest du doch nicht schon eine Plate Binding Maschinen machen? Ja bloß. Ich brauch halt noch ein bisschen Strom, damit das fertig gemacht werden kann. Steht unten. Gut. Du wirst nicht glauben, wo ich den platziert habe. Warte ganz kurz, ich stelle noch schnell den Steam-Powered-Fallschirm auf. So, jetzt können wir auch MTSLs zerstellen, wenn wir das vielleicht schon haben. Mitten im Weg. Absicht. Du hast gerade nichts zum Verbanden dabei, ne? Was? Ach, so gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Achso, wenn du jetzt ein paar Mal im Elevator zu weit nach oben drückst, passiert schon etwas, okay? Okay. Ich bringe gerade hier diese Electric-Soldering-Eimer-Nummer aufladen. Ah, scheiße. Ich muss mal kurz meinen Sound live erzählen. Der Regen nervt. Es regnet gerade. Ja. Ah ja, den wollte ich ja machen. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon auf dieses Rezept geklickt habe. Und... Und... Gut, perfekt. Oh, schade, du hast nicht noch eins weiter nach oben geklickt. Oh ja, ich höre jetzt auf, wenn es regnet. Der ist jetzt auf. Der ist jetzt auf. Der ist jetzt auf. Wir haben ja kein Glas. Lol, wir haben echt kein Glas, oder? Ähm, da ist ein Glas drin. Eins, ich brauche ein bisschen mehr. Brauchst du den Pneumatic-Servo? Ähm, nö. Ah, cool, danke. Gut, jetzt brauche ich noch. Mann, drück doch mal noch eins weiter nach oben. Bitteschön, zufrieden. War lustig. So. Ich glaube, ich muss mal kurz auf das Quark-Tech-Wiki gehen. Ne, da steht jetzt nicht, dass das nicht gebraucht werden kann. Ach ja, ich würde es feiern. Wo habe ich das? Quark-Tech-Quark-Tech- Da, Quark-Tech-Community-Wiki. Läuft die Aufnahme nach? Ja. Die Bronze Age-Machines. Oh ja, hm hm, falsches. Betz und Verwalt, da wollte ich doch was. Hä? Moment. Ja, du bist doof. Ja, glaub ich auch nicht. Ja, glaub ich auch nicht. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, da runter, mach ich. Warum haben wir hier unten eigentlich keine Werkbank stehen? Das nervt. Frag mich auch langsam. Geil. Weil, wenn wir jetzt nicht ganz schnell einen Weg finden für, für, äh, Zellen dann, ja. Warte mal. Okay, so wie es aussieht, müssen wir halt erstmal mit dem normalen Geothermal-Generator arbeiten. Bis wir eine Playfinding-Maschine haben. Äh, normaler Generator. Nein. Ich schau mal gar nicht auf die Kost. Es gibt keinen anderen Weg. Nope. Was brauchst du? Okay. Was fehlt denn dir für die Playfinding-Maschine? Ähm, über die Steam-Geschichte können wir das nicht machen. Wir müssen also wirklich schon anfangen. Mö. Inwiefern? Ähm, wir wollen ja aus, wir wollen ja aus den Tin-Platten, wollen wir ja die Zells machen. Für den Geothermal-Generator. Bloß, das Rezept gilt halt nur an der Playfinding-Maschine. Achso, ja, das hätte ich auch so sagen können. Geil. Okay. Kannst du dich nochmal gerade um 4 Circuits kümmern? Oder? Ne, es sind sogar 6. Ja, klar. Danke, dann mach ich jetzt nochmal. Dann werden meine FPS-Geratter laufen. Warte, dann wollen wir weiter schlafen. Okay, er ist verledigt. Ist das so schlimm oder bei dir? Ich hab ne 11 Grad. Ich hab gerade 11 FPS und da haben wir ihn schon wieder kaputt. Alter. Bisschen Reisen lieber? Ich hab kein Eisen. Haben wir irgendwo einen Piston? Wenn ich gerade noch craften. Kannst du mir einen mit craften? Wir haben hier einen Sticky Piston noch. Ja, dann benutzt er 10 Grad. Ja, ich brauch aber einen normalen Piston. Ähm, versuch's mal, weil bei meisten Rezepten geht auch immer Sticky Piston. Da nicht, da geht nur ein Piston. Warte mal, ich muss mal schauen, was mein PC da gerade macht. Mach's es. Gut, du brauchst auch einen Piston. Einmal noch mal. Ja klar, kein Wunder. Was ist denn? Google will ein Update machen auf meinem PC. Google will ein Update machen auf meinem PC. So, wann muss das? Oh, jetzt hab ich auf einmal wieder 20 FPS. Okay, der Hammer war kaputt, ne? Weiß, weiß, jetzt hab ich noch zu... Oder... Doch, wir brauchen noch. Hammer? Wir haben gerade kein Eisen mehr, richtig? Nein! Wir haben noch das ganze Sirens gehabt von den Eimern, die ich blöderweise kaputt gemacht habe. Schmelzt sich nur gerade. In den Kisten von... 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 Von dem... Habe ich schon reingetan. In den Kisten von der Ding... Ah, okay, hast du schon reingetan. Ja. Gut. Du hast es vergessen. Nee, nee. Also zu vergessen bin ich auch nicht. Was? Fast 23 Uhr. Alter. Ich würde auf jeden Fall heute noch so weit kommen. Na, dass wir endlich Strom haben, ne? Ja. Na gut, wir hätten ja jetzt eigentlich schon Strom, aber... Wir wollen gerne Geothermal haben. Eben. Und das machen wir auch on-screen. Irgendwas habe ich da jetzt rein, was da nicht reingehört für mich. Ja, okay, jetzt halt es. Okay, zwei Steel Machine Holz. Ja, ich weiß. Steel Scrap. Kann man zum Barren machen im Blast Furnace. Jo. Alter. Irgendwo ist doch ein Knall locker. Irgendwo. Ah, ich find's cool. Ich find's cool. Hast du wirklich... Was fehlen dir für die Zeug jetzt noch? Hammer haben wir gebraucht. Hammer haben wir gebraucht. Wie viel brauchst du? Vier Circuits. Okay, dann brauchen wir jetzt davon acht. Dann... Kupfer. Korrigiere. Oder? Ja. Fünf Circuits. Entschuldigung. Jetzt mache ich... Okay. Fünf, dann brauche ich doch noch einen mehr. Ne, dann brauche ich zwei sogar mehr. Wie aber gerade teilweise die Motivation am sinken ist, ne? Ach, na ja. Also eins möchte ich dir sagen. Sollte irgendwann mal nochmal Gregorius Steel in der Aufnahme sein. Komm schon, du weißt doch, dass du sein eigener Mod hast. Ja. Aber dieser Mod, der ist doch arschsaugend. Läuft halt bei dem. Weiß doch auch. Da haben wir schon wieder kaputt. Machen wir gleich einen neuen. Hast dir gerade nichts besseres zu tun, ne? Nö. Wo ist der Hammer? Warte, der Hammer ist kaputt. Aber du hast noch keinen daigen gemacht. Ne. Ich hab zwei Electronic Circuits. Ja. Lässt du mich dann ganz schnell den da mal kurz benutzen? Wann mal, wie war das? War das grad Tin? Ja, ich hätte ja noch zwei Zinnplatten geben können. Ja, ich brauch die Item Casings. Aber naja. Ich hab Iron Item Casings für den Geothermal Generator schon mal. Okay. Also, dass du Bescheid weißt, ne? Ja. Brauch ich jetzt... Ein... Darf nur zwei... Hast du das grad gehört? Nee. Sei froh. Sollte ich? Ich hab grad Dauerklicken war im Hammer gemacht. Okay. War laut. Hast du schon Circuits fertig, oder? Gleich. Die ist wahrscheinlich auch gleich im... Ding. Da können wir dann vielleicht noch mal die Tür gehört haben. Ich hab drei Circuits... äh fünf. Gut. So. Hinter dir. Danke. Das ist doch kein Problem. Ein Conveyor-Odol. Ein Conveyor-Odol. Ein Conveyor-Odol. Ein Conveyor-Odol. Ein Conveyor-Odol. Was? Moment. Eins, zwei... Christian? Ja. Ich mach den jetzt. B, du kommst jetzt noch mit dem Circuit. Was ist? Ich mach mal den Circuit. Du brauchst noch eins? Ja. Oh Gott, ey. Warte mal, wir werden neu. Mach ich grad den Dachshensmelter. Geht schneller. Boah. Aber kommst du glauben, dass so ein Scheiß-Mod-Pack einen so erschöpfen kann, ne? Ja, das stimmt. Ah mein Gott, wir machen es auch Spaß. Ja. Spaß. Natürlich. Nicht Zwang durch Trivolo. Nein. Ey, wir haben uns selber dafür weiblich gemeldet, ne? Ja und? Trotzdem ist es Zwang von Trivolo. Du kannst doch wieder rausgehen. Ja ne, jetzt bin ich schon drin. So, die Plate Bending Machine ist fertig. Okay. Gleich ist noch was anderes fertig. Gut. Aber du erfährst noch nicht was. Der gehört dem Allgenerator ist gleich fertig. Ähm, ja wenn du mir... Warte mal, was braucht man für einen Geothermal-Generator? Du brauchst noch zwei Zellen. Wenn du mir die Empty Cells gibst, dann ist er fertig. Mach ich. Ich glaube mit dem Copper Cable sollte ja gerade klar gehen. Nehme ich hier noch ein Redsword Park. Und das Circuit. Ich will doch nur... Ich wollte einen Pisten machen. Warum ist Sand in der Ding? Ja du. Ähm. Moment. Okay, vergiss es, vergiss es, nevermind, nevermind. Ich wollte schon gerade sagen, wieso gestartet er jetzt nicht? Aber der hat wahrscheinlich genug internen Strom. Wenn du mir nochmal schnell zwei Zinnplatten machst. Und wohl eine reicht schon. Hier ist sie erst. Ich mach schon selbst. Okay. Ja, ich bin gerade viel zu schnell, ich weiß. Es geht. Eine Zelle ist schon drin. Eine, ich hab sie. Sehr gut. Ich schrecke dann hier alles wieder ab. Wo ist das Glas hin, das ich hier gemacht habe? Also ich hab den Generator. Da hinter mir. Wo ist die zweite Zelle? Die ist oben in der Project Bench. Okay. Schauen wir gemeinsam zu. Okay. Boah. Äh. Jetzt macht er nicht so spannend. Was? Da 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 da. Der Geothermal-Generator. Der Geothermal-Generator. So, dann. Baue er ihn hier auf. Wohin denn? Genau. Äh, mach ihn hier hin. Er läuft. Jawoll. Und er ist voll. Gut, ich zeig dann aber grad schnell das Rezept für eine Bettbox. Die werden wir manchmal... Ich hab grad einen lustigen Bug entdeckt. Was denn? Geh mal über die Anzeige mit der Laser und über die Stromanzeige und schau dann mal was mit den Items, äh, in Not-Enough-Items passiert. Wie meinst du das jetzt? Die werden bei mir schwarz, manche Items. Ach so, das... Ja, das ist schon ein bekannter Bug. Aber man sieht auch schon, wir sind schon ziemlich viel EU am Speichern. Gut, wie gesagt, eine Bettbox. Das ist dann noch normal. E-Batterien. Tin-Cable und... Planks. Die stellen wir dann hier schon mal auf. Wir gucken, vielleicht schafft man sogar noch einen zweiten Geothermal-Generator. Daran glauben tu ich aber nicht. Gut, dann stellen wir hier noch morgen eine Bettbox auf und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder? Ja, ähm, wenn du noch ein bisschen wartest, kann ich dir noch was Lustiges zeigen. Okay. Kannst du mir eventuell einen Chest machen? Eine Chest? Ja. Ja. Ich glaube davon haben wir sogar noch welche über. Ne, doch nicht mehr. Wofür hast du jetzt eigentlich einen Piston gebraucht? Du wirst gleich sehen. Das ist ja eine Portekbench. Das ist auf jeden Fall lustig. Du machst mir jetzt schon Angst. Okay, die Kiste habe ich. Ich wollte mal kurz was gucken. Es gab mal eine von... Mindfactory Reloaded und noch was Lustiges, was ich mal zeigen könnte. Was man schnell craften könnte. Ähm, kannst du mir ein paar Conte Reads Pipes geben? Äh, was? Ah ja, hab schon. Hab schon. Ach, das mache ich beim nächsten Mal. Ich wollte jetzt eigentlich noch... Nein, komm bitte noch nicht runter. Okay? Okay. Ich schaue mal, wie es mit dem Essen aussieht. Okay. Toast haben wir. Wasperry, Blackberry, Potato und Sticks. Ja, das vom Essen her sieht es noch gut aus. Wir schauen mal, ob die anderen sind. Kannst du mir mal deinen... Kannst du mir mal deinen Wrench geben, um die Conduits abzubauen? Oder ich gehe aus dem Ruf? Ähm... Ich komme sofort. Ich wollte gerade gucken, ob die Energien fertig sind. Warum ist hier ein Skelett? Vor der Ausführung? Du meinst, warum ist hier jetzt nicht mehr eins? Kann ich runterkommen, oder? Gib mir mal kurz und dann... Ich sag dir, wenn du runterkommen kannst, okay? Boah, der macht es doch wieder spannend. Es ist lustig auf jeden Fall. Ah... Boah... Ich finde auch hier diesen EP-Tank dann so richtig lustig, der nicht mehr gebraucht wird. Kann es runterkommen? Du hast mich nie als Exploder gewahrt. Kann schon, ist das genial, oder? Möge die Kabelstorn-Klachterei beginnen. Und mit diesen Worten verende ich diese Folge für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.